Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropander quält sich und heute haben wir mal wieder einen Zuschauerwunsch und zwar vom guten Laketi, den zweiten Teil vom Namen Trau ich mich nicht auszusprechen. Und zwar hat sich dieser Pocahontas für den Gameboy gewünscht. Anscheinend hat ihn das so in der Kindheit geplagt, dass er das jetzt mal hier nochmal sehen wollte. Und ich würde sagen, die steigen mal ein. Pocahontas ist natürlich einer der großen Disney-Filme, damals in den 90er Jahren, also Disney-Zeichentrick-Filme. Ich habe den Film allerdings nie gesehen, deswegen erwarte da jetzt keine tiefer gehenden Filmanalysen von mir. Aber ich habe schon so einige Lizenzvershofftungen gespielt, also schau mal rein, würde ich sagen. Wird es so schlimm wie Herkules oder doch nicht so schlimm und eher wie die anderen Capcom-Disney-Spiele? Schau mal, würde ich sagen. Oh, ja. Das sieht man schon, auf den ersten Blick. Ich glaube, das wird nichts, wenn das schon so kleinteilig ist. Aber die Musik ist relativ groovig, muss ich sagen. Ah, es nimmt so den Prince of Persia-Ansatz anscheinend. Die Steuerung geht mir jetzt schon auf den Keks. Guckt euch das mal an, wie langsam sie sich dreht. Okay, wir können komisch springen. Wir können tanzen. Und wir können verdammt langsam gehen. Muss ich hiermit irgendwas machen? Hallo, kleines Tierchen. Okay. Versuch es gerade mal zu laufen, irgendwie zweimal in die Richtungstaste zu drücken oder so. Was muss ich machen? Oh Gott. Komm, wir müssen jetzt das Tier irgendwie aufnehmen. Oder muss ich jetzt einfach nach links gehen? Aber da scheint es nicht weiter zu gehen. Ähm... Könnte peinlich werden. Ach, sie kann ja so am Boden buddeln. Warum auch immer. Ah, ich muss denn erst nach oben drücken. Dann guckst du so nach oben, ne? So dramatisch mit den Haaren im Wind, ne? Und dann kann ich wahrscheinlich hochspringen. Aber reicht immer noch nicht. Hä? Vielleicht buddeln. Buddel, 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 buddel. Alter. Hier in der Ecke irgendwie. Aber wenn sie da hochspringen, dann kommst du ja nicht ganz ran, ne? Hä? Also mit der Steuerung kann es schon mal nicht gut werden. Also das haben wir schon mal rausgefunden. Kann mir jetzt hier irgendwie helfen? Was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Ich streiche mal den Waschbären oder was das ist. Kann ich nach unten springen? Ich bin gerade echt ratlos. Wahrscheinlich muss ich hier genau einen bestimmten Punkt erwischen. Ah, sie muss da ja irgendwie hochkommen. Na komm. Super Unterhaltung heute. Super Unterhaltung. Also ich wollte euch eigentlich noch etwas mehr von dem Spiel zeigen. Ich recherchiere mal, wie wir weiterkommen. Und ich mache mal einen ganz kleinen Cut und dann geht es jetzt weiter. Okay. Und scheinend kann man irgendwie auf den Waschbären wechseln. Ja, mit Select. Natürlich. Okay. Darauf muss man natürlich jetzt erstmal kommen. Der bewegt sich aber wesentlich entspannter, muss ich sagen. Aber wesentlich entspannter. Guck mal, so flink. So sollte auch Pocahontas sein. Finde ich. Das muss wahrscheinlich wechseln, weil der Stein unten ist und kann dann hochspringen. Nein, du sollst da... Hä? Es muss nach... Wie? Hättet ihr jetzt gedacht, dass das die Kante ist? Also ist die Grafik auch noch unklar, wie scheiße. Und der Spring ist so... So... Indirekt. Alter. Komm, bring dich um. Ich habe gerade gehofft, dass es ein Abgrund ist. Guckt euch doch mal diese langsame Geschwindigkeit an. Das ist doch eine junge Indianerfrau. Die müsste etwas flinker als das sein. Ey, die Steuerung, die verdürbt auch nur den Anflug von Spielspaß. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt einfach mal so. Ich weiß, die Folge war jetzt wahrscheinlich bisher jetzt nicht so wirklich spannend, aber ich bin hier gerade echt am verzweifeln, muss ich sagen. Alter. Gehe hier nochmal auf den Waschbären. Achso, der kann da nicht hoch. Warum auch? Und dieses Umdrehen. Es macht noch nicht mal im Ansatz Spaß. Auch, dass man zum Hochspringen immer erst hochdrücken muss und dann springen. Und dann holst du sie ja so ganz langsam zum Sprung aus. Freunde. Wisst ihr was? Es wird eine sehr coolste Folge jetzt werden. Aber, lieber Lakete. Das hast du sehr, sehr gut ausgewählt. Ich verstehe voll und ganz, dass du als Kind daran verzweifelt bist. Oh mein Gott, ist das ein großer Haufen Scheiße. Trotzdem, wenn ihr auch noch Wünsche habt für zukünftige Folgen, einfach in die Kommentare rein. Ich versuche mir so alles nach und nach anzuschauen. Ich habe so eine Liste, wo ich immer alles reinschreibe. Und dann gucke ich mir immer, okay, neue Folge, wen suche ich mir heute mal raus. Aber das ist wirklich ein wirklicher scheiße Kandidat. Ich glaube, da war sogar fast Hercules sogar noch besser. Aber vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.